Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hoffnung. Ich kann es irgendwie so langsam nicht mehr hören. Das fing für mich an im November. Erst vier Wochen, dann sechs Wochen Hoffnung auf ein schönes Weihnachtsfest. Dann der Januar, der Februar, der März, vielleicht Ostern, jetzt doch vielleicht eher der Sommer. Und immer wieder hat sich diese Hoffnung in Rauch aufgelöst. Da wird das Wort schnell hohl zu einer leeren Vertröstung. Aber dann höre ich, dass die Jünger Jesu nach Ostern auch zuerst nicht glauben konnten, was sie gesehen haben. Dass ihr Herz nicht sofort voll Freude und Hoffnung war. Aber Jesus ist ihnen begegnet, lebendig. Ich und du. Und das hat sie wie neu geboren gemacht. Das ist mehr als billige Vertröstung. Das ist ein Geschenk, ein Wunder Gottes für uns, seine Kinder. Amen. Amen.